Hallo Freunde, kannst du empfehlen, Boss, kannst du empfehlen, meine Freunde, Arafat, Abotech, er geht mit seinem Sohn auf die Dokumentation von Bushido, man lacht seine Frau aus und so, ich kann nicht verstehen, Arafat, die Dokumentation ist echt ein, als schlagendes Gesicht, von einem alten Freund sowas erwartet man sowas, geht gar nicht so, Shido, man, ne? Also, anstatt mal irgendwie dankbar zu sein für die Sachen, die er für dich getan hat, dass du irgendwie alle Jahre lang der Gangster sein darfst, einfach auszupacken und irgendwie die ganze Zeit rumzuheulen, ey, ich wollte das auch, nein, Shido, du hast auch deinen Profit daraus gezogen, also tu jetzt nicht so, als hätte Arafat nur daraus profitiert, du hast auch daraus profitiert, um daraus profitiert, ist man einfach dankbar dafür und heult nicht die ganze Zeit rum, man, das ist ja einfach nur rumheulen und rumheulen on Mars, ey, und dass er noch in der zweiten Staffel kommen soll, wie soll das denn enden? Ne, Dokumentation doch, äh, ich heul rum, äh, und bekomme Polizei schon, bin ein Gangster, ja, was denn, Mann? Okay, meine Freunde, es warst du in Frühling, boos, aber dann gleich nicht vergessen, meine Freunde, bis zum nächsten Mal, meine Freunde.